So, moin moin und herzlich willkommen in einer neuen, schwiegen, ruhigen, spannenden Folge The Infected. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast, jetzt nach einer etwas längeren Pause, muss ich sagen. Aber so ist das halt, wenn die Zeit drängt, drückt und andere Dinge halt wichtiger sind. Ist leider so, aber jetzt geht's Gott sei Dank weiter. Und wie du gerade schon gesehen hast, haben wir hier jede Menge Kobalt und hier unten der Extraktor ist weg. Ich war mal so frei und bin jetzt zu Fuß hier hochgelatscht zum X, hab den da aufgestellt für Aluminium, ja. Hab den einen Biotreibstoff, den wir noch haben, da reingepackt, bin hier runter zum Kobalt, hab da alles eingesammelt und bin wieder nach Hause gelatscht. Also, du hast nichts verpasst. Wir sind nur mal hin und her gerannt und haben das jetzt gemacht, ne. Wichtig ist, jetzt ist wieder Frühling, wir müssen hier alles gießen und wir müssen dann direkt losziehen und noch mehr Sachen zum Mampfen suchen. So, dass wir hier wieder unsere Balken voll kriegen. Und vor allem möchte ich dann auch einiges in die Kiste schmeißen zum Vergammeln, so dass wir auf jeden Fall Biotreibstoff machen können, ja. Also, erstmal müssen wir selber trinken, sehe ich gerade. So, nö, ist noch voll, ne. So ist es noch voll, super, okay. Dann lass mal das mal. Machen wir das so. Aber wir haben es ja, ne. Hat er noch 61. Also immer 100. Will ich es voll machen. Okay, so, das heißt, wir werden die jetzt einmal voll machen hier. Wir gehen einfach mal hier unten ran. Der müsste ja auch wieder da sein, siehste. Sehr gut, nicht mehr gefroren. Haha. 5.47 Uhr nachmittags. Was für einen Tag haben wir überhaupt? 17. Bald dürften auch wieder die Wambis kommen, ne. Tun wir das hier mal gießen. So, wie immer. Rein da, immer daneben schmeißen, ne. Dass es weg ist. Ich weiß nicht, ob das noch wie früher ist. Da gab es den Bug auch mal, wenn man das dann daneben schmeißt. Dann geht es blub, fällt es durch den Boden und liegt unten und solche Scherze. Das war auch immer lustig. So, ihr könnt jetzt alle wachsen hier. Hier haben wir kein Wasser mehr drin, ne. Das ist aber nicht schlimm. Wir hatten hinten noch sauberes. Hehe, im Kessel. So, deswegen haben wir zwei Kessel, ne. Und haben wir sauberes Wasser zum Trinken. So, das heißt, wir konnten ja nicht viel machen, ne. Weil wir ja unbedingt Strom brauchen. Und für Strom brauchen wir ja halt, ähm, Aluminium und Kobalt und Kupfer, ne. Wir können ja gerne nochmal gucken hier. Dann sieht man da, ist platzierbar Strom. Wir wollten ja die Kollegen hier machen, ne. Viel, viel Aluminium. Zehn Stück brauchen wir mindestens. Das heißt, 100 Aluminiumbahnen. Das ist, das ist der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Wir können ja einfach mal so frech sein und die hier oben schon mal aufstellen. Ja, ja. Vielleicht wo die alle hinstellen sollen. Die müssten wir eigentlich woanders hinstellen. Ich weiß gar nicht, können die kaputt gehauen werden? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung, ob die kaputt gehauen werden können. Sonst könnte man die einfach irgendwo hinstellen. Ohm. Wenn man jetzt mal sagt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Werden dann 200 Strom, ne. Die brauchen wir dann auf jeden Fall für schon mal Geräte hier und so. Fürs Wasserhaus, für die Pumpe und für den Ölsauger. Machen wir zu. Weiß, es ist dunkel. Es regnet. Jetzt ist die Kiste links. Jetzt ist wieder Folie. So, wir packen das Kartana aus und gehen jetzt erstmal hier durch die Gegend flitzen und suchen, was zu essen. Was wir auch auf jeden Fall brauchen, ist Leder für unseren Köcher. Das war's. So, Kürbis ernten. Können wir den so ernten? Jawohl, nice. Können wir direkt essen hier. Kriegen wir auf jeden Fall schon mal wieder 100. Da hinten ist ein Waschbär. Na, komm her. Warum triffst du den nicht? Beinerei. Wo ist er hin? Hä? Da ist er. Kein Austausch mehr. Ich krieg dich trotzdem noch. Warte. Oh, fast. Ja, komm, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ich will dich haben. Nein, 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 nein. Echt schwer, den zu treffen damit, ne? Hallo. So, danke. Sehr gut. Wir haben einen Waschbär gefangen. Wir haben einen Waschbär gefangen. Echt jetzt? Ich kann den nur so langsam durch die Gegend schleppen. So groß ist der nun auch nicht, ne? So groß ist der nun auch nicht. Könnte man den irgendwie auf den Karren legen? Bestimmt, ne? Also, müssen wir uns merken. Warum kannst du das denn nur so langsam machen? Wenn ich mal fragen darf. Na ja, immerhin. Waschbärjagd. Geglückt. Check. Weiter geht's. Jetzt müssen wir das Vieh natürlich erstmal nach Hause bringen. Aber auf den Tisch schmeißen. Dann können wir das endlich mal zerlegen. Unser erstes Tier, was wir zerlegen können. Seit wir den Tisch haben. Sehr gut. Dann kam ja dann der Winter und nichts war mehr hier, ne? Und ich wusste ja noch gar nicht, dass die Tiere nur noch in bestimmten Gebieten spawnen. Außer Waschbären und... Was war's? Waschbären und noch irgendwas. Die spawnen überall. Aber die großen Tiere halt immer nur in bestimmten Gebieten. So, auf der einen Seite cool, weil du bist gezwungen, überall rumzulaufen und zu fahren, ne? Auf der anderen Seite sehr nervig, muss ich sagen. So, aber wir sind ja hier im Survival und nicht im Kindergeburtstag, ne? Alter, Alter. Holztreppe, die sind alle kaputt hier. Warum? Ich bin ja der duselige Wambi drauf umgehauen. So, können wir ihn jetzt da drauflegen. Gucken wir mal. Acht Stunden später. So, drauflegen. Ui. Das sieht schon fies aus, ne? Das sieht schon fies aus, aber machen wir mal ein Thumbnail. Gefällt mir. So, E-Tier schlachten. Bitte verwende eine Stein- oder Eisen-Axt, um Tiere zu schlachten. Okay. Alter, wie brutal ist das denn? Was haben wir da jetzt rausbekommen? Vier Knochen. Rohe Leber. Aha. Aber zwei, vier, sechs Fleisch. Gut, du kriegst sehr viel mehr, ne? Das muss man sagen. So, mal gucken, ob wir die rohe Leber hier braten können. Verdirbt in 29 Minuten. Können wir. Boah, lecker Leber braten hier. Natürlich nur im Spiel. Ganz ehrlich. Bin echt. Leber mag ich überhaupt nicht. Also, ich mag überhaupt keine Innereien. Egal, hier Leber, ne? Und was... Was man halt nicht alles brutzeln kann, ja? Boah. Ist überhaupt nicht meins. Krieg ich... Boah. Ich glaub, wir müssen uns die Hände waschen, oder? In ganz voll Blut. Lass die mal brutzeln. Guck mal, ob wir uns hier irgendwie waschen können. Geht das jetzt weg hier? Ich hoffe doch. Ah, Hände waschen. Okay. Cool. Wusste ich's doch. Nicht, dass wir hier krank werden. Wer weiß, was für... Was für Krankheiten der Waschbär hatte. So, und was bringt die, wenn sie gebraten ist? Maximal Gesundheit plus 0,05. Ausdauer plus 0,05. Das ist nice. 25 Protein. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also, es bringt auch was, ne? Wenn man die Tiere dann jagt. Wie wir sehen. Häng mal ran hier. Das ist zwar immer nur eins. So, und was soll's? Weiter geht's. Wir wollten den ja in Ruhe lassen. Wir wollten ja eigentlich Obst und so sammeln. Ey, 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 ey. Laufen wir mal hier lang. Gucken wir einfach. So, wir müssen auch noch mehr sammeln, um hier ein bisschen... San Bär? Nein. Halt, um vergammeltes Zeug zu kriegen für den Biotreibstoff, ne? Das ist ja auch ganz wichtig. Wenn es gleich wieder dunkel ist, können wir eh schlafen. So, deswegen wäre es, glaube ich, ein bisschen dumm, das jetzt alles zu essen, weil wenn wir dann schlafen, dann sind wieder alle Balken leer. Dann sammeln wir das jetzt lieber und essen es, wenn es morgen ist. Zu trinken haben wir eigentlich noch. 200. Das reicht locker. Oh, den kriegen wir nicht mehr im Dingens. Können die echt hier spawnen? Ja, genau. Im Grün hier sind es Bären und Hirsche, glaube ich, ne? Irgendwie so war das. Was ist das hier? Ne. Lass dat mal sein. So, hier ist ja wirklich gar nichts, ne? Hallo, Essen. Wo bist du? Essen. Äh, 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 Essen. Da ist noch was. Dankeschön. So. Hier ist mit noch was. Also so ein Bär würde ich auch nicht verachten. Aber hier ist irgendwie gar nichts. Da kommen wieder Häuser. Wir sind schon wieder am Bambi-Dorf hier. Können wir eigentlich auch noch mal reingucken, ob da was zu essen rumliegt, ne? Könnte sein, dass die wieder respawned sind. Ja. Technologien natürlich nicht, aber, äh, Essen und so. Ganz praktisch. Vielleicht finden wir ja Öl oder Biotreibstoff schon hier. Das würde eine Menge sparen. Pflanzenfasern. Toll. Könnte eine Menge sparen. Ziegelpflanzenfasern. Alles, was du nicht brauchst. Was hier? Verbände. Äh. Ja, ja. Unser Glück wieder. Plastik nehme ich gerne. Das ist nämlich auch teuer herzustellen. Glas. Tierfett. Gut. Gehen wir. So, hier ist noch einer. Guck mal hier mal rein. 31,34 von 50. Medizinverband. Also irgendwie haben wir kein Glück. Da ist schon wieder ein Waschbär. Kartoffelkeimling. Kohle nehme ich mal mit. Genauso wie hier. Erste Hilfe. Tuch auch. Können wir mal brauchen. So. Wo ich das hier gerade sehe. Kommt mir wieder in den Sinn. Was du auch in die Kommentare geschrieben hast. Was eigentlich eine super Idee ist. Wir müssen uns dann mal. Weil die Tiere ja verdammt schwer sind. Und wir sehen wie langsam wir durch die Gegend eiern. Können wir uns dann auch vor allem hinten bei den Krokodilen überall dann mal so Schlachtertische hinstellen. Da geht ja keiner ran. Die sollen ja eigentlich nicht kaputt gehen. Und dann können wir da mal jagen und alles was wir kriegen. Zerlegen wir dann und packen sie in eine Kiste auf den LKW. Und ab die Luzine fahren wir wieder nach Hause damit. So könnte man das eigentlich machen. Finde ich eine sehr sehr gute Idee. Okay. So. Ach hier ist der große Platz. Wo wir Steine geholt haben. Wo man eigentlich bauen sollte. Wir es aber nicht tun. Also gehen wir mal nach Hause. Ist schon spät. Dann können wir gleich trinken. Essen und so weiter. Immer voll werden. Schon wieder nur 50 Ausdauer. Wo ist eigentlich unser Durst so schnell weg. Wenn ich mal fragen darf. Ah ja. Komm her. Tür zu. Wir haben ja schon zwei Fenster. Wir schlafen. Bis sieben Uhr morgens schlafen wir immer. Zwo. Drei. Risiko. Oder wie war das? Zwo. Eins. Risiko. Darkwing. Dark. Guck mal. Können wir alles essen. Machen wir das so. Machen wir das so. Wo ist der Keimling? Hier. Können wir. Ich glaube wir haben nicht genug Platz. Ne. Im Leben nicht. Können wir alles so essen. Ich bin noch gar nicht fertig. Okay. Ernten. Rein da. Ernten. Rein da. Die möchte ich aber wieder kochen gerne. Trinken. Das sieht alles wieder relativ gut aus. Muss ich sagen. So. Das andere kannst du hier reinpacken. Auch wenn es saures Wasser ist. Das ist mir dann egal. So. Hängst du da irgendwo fest. Mein lieber Hirsch. Oder. Kann ich. Dich so einfach holen kommen. Ich glaube nicht. Dass er festhängt. Oder. Kriegen wir den. Wenn er hier festhängt. Oh. Nice. Nein. Bleib hier. Junge. Bleib am Baum hängen. Ein Schlag noch. Oder so. Weißt du. Ah. Den kriegst du nicht. Der ist schneller als du. Verdammt. Hätte dir nicht noch was hängen bleiben können. Okay. Ich wusste es. Es war wieder ein Schlag. Und wieder so langsam laufen. Dein Ernst. Das ist natürlich doof. Dass du jetzt so langsam läufst. Wir gehen mal auf die Straße. Und dann holen wir einen Karren. Dann gucken wir mal. Ob wir den auf den Karren legen können. Das ist natürlich doof. Wenn du so langsam läufst. So kannst du die natürlich nicht jagen. Und hier. Ich werde euch die Pampa schleppen. Bis du wieder zu Hause bist. Das ist viel zu weit. Und auch mit Shift drücken. Geht es nicht sprinten oder so. Keine Chance. Hier. Schmeiß mal auf die Straße. Der sollte ja eigentlich liegen bleiben. Hoffe ich zumindest. Ich komme sofort wieder. Bitte eine Sekunde warten. Da müssten wir nämlich auch Leder rauskriegen. Was wir brauchen für den Köcher. So. Schauen wir mal. Geht mal her. Eigentlich hier drauflegen können. Oder? Unseren Rennferrari Karren hier. So. Wehe. Der ist jetzt weg. Dann rast dich aus. Okay. Ah. Tatsache geht. Nice. Die können wir auch noch mitnehmen. Sehr schön. Und damit können wir dann schnell fahren. Sehr gut. Sieht ein bisschen fies aus. Aber klappt. Sehr gut. Ist ja eigentlich auch nur logisch. Da sind schon wieder. Da ist wieder Mr. Wambi. Da sind schon wieder Gurken. Also Gurkensaison ist gerade anscheinend. Soll mir recht sein. Was tut ihr hier? Lustige Sachen. Okay. Mais drauf. Kopf guckt raus. So. Jetzt hier. Watschi. Watschi. Matschi. Animal hide. Ruhe Leber schon wieder. Was können wir denn rauswerfen? Wir können erstmal hier essen. Würde ich sagen. Holy moly. Wohin mit dem ganzen Fleisch? Das ist ja viel zu viel. Aber das ist gut. Das können wir vergammeln lassen. Das können wir vergammeln lassen. So. Gib mir mal die hier. Gib mir mal die. Und dazu müssten wir erstmal alles wegbringen hier. Was haben wir denn da? Was ist das für ein rotes X da? Müssen wir gleich mal gucken. Warte. Ich muss das erstmal auf Seite tun hier. So. Das kann da hin. Der kann da hin. Also wir verlieren kein Leben. Das ist schon mal gut. Tuch. Guck mal. Hier kann das ganze Zeug rein. Alles weg hier. So. Was ist das denn da unten? Das X. Wenn ich fragen darf. Sagt er mir hier. Lebensmittelvergiftung. Ist Kartoffel. Oder Ei. Um dich zu heilen. Woher haben wir denn eine Lebensmittelvergiftung? Wenn ich fragen darf. Die muss erstmal wachsen hier. Schmutziges Wasser. 100. Bitteschön. Bitteschön. Geh nochmal voll machen. Ne. Nimm die 4 hier. So. Das voll machen. Dankeschön. Jetzt müssen wir uns die Hände wieder waschen hier. Sehr gut. Die sammeln wir natürlich auch ein. Ist ja keine Frage. Jetzt bitte. Woher haben wir denn jetzt bitte eine Lebensmittelvergiftung? Auch nur eine Haut. Früher hast du hier in Lederhäuten geschwommen. Ja. Und jetzt. Nix mehr. Aber okay. So ist das Leben. So. Gekochtes Fleisch. Kannst du essen. Die Leber kann wieder da drauf. Das können wir essen. Das können wir essen. Hier kannst du das Wasser reintun. Und die Zwiebelsuppe. Bitteschön. Wird eigentlich passen. Oder brauchen wir jetzt noch eine zweite Zwiebel? Dass die hier weiter geht. Da steht nicht neben kocht. Müssen wir im Auge behalten. Ich glaube die gehen jetzt auch aus. Ja. Die gehen jetzt aus. Ist aber nicht schlimm. Kann mal gerade so bleiben. So. Krass. Das ist krass. Wo kriegen wir denn jetzt eine Kartoffel her. Um uns zu heilen. Könnte ja eigentlich Mr. Wambi da eine mitbringen. Aber ich glaube dem ist das egal. Was wir hier machen. Das ist bestimmt, weil wir eine rohe Kartoffel gegessen haben. Wetten wir. Garantiert. 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 So. Irgendwo. Hast du noch mal einen Kürbis. Den können wir essen. Ei, ei, ei. Ich weiß gar nicht. Was passiert bei unserer Lebensmittelvergiftung? Mal gucken. Ob wir dann wirklich sterben. oder ist schon wieder ein Kürbis. Ich will eine Kartoffel. Kein Kürbis. Aber du siehst direkt den Unterschied. Frühling. Überall wächst wieder Obst und Gemüse. Und schmeißt mich weg. Und schon. Zack. Alle Balken wieder voll. Ja. Ich glaube das verspricht nicht viel Erfolg. Und bringt nicht viel. Wenn wir hier rumeiern. Und eine Kartoffel suchen. Bisschen doof. Bisschen doof. Aber ich denke wir werden es überleben. Wir werden es überleben. Dann machen wir jetzt folgendes. Wenn es dir gefallen hat. Lässt du einen Daumen hoch da. Und ich sage wie immer. Danke für deine Zeit.